Freunde, ich hab da was für euch. Und zwar schauen wir uns mal in diesem Video das Samsung Galaxy S6 Edge an. Wir starten ganz einfach mal mit der Android-Version. Ganz einfach, weil das vielleicht ganz wichtig ist für einige von euch. 5.0.2, also Lollipop läuft hier natürlich drauf. Samsung hat an Touchless gearbeitet und welche Änderungen da sind, beziehungsweise ein paar Apps, wollen wir uns nun einmal anschauen. Denn es hat sich wirklich viel getan, zum Beispiel sind diese ganzen komischen Werbe-Apps nicht mehr da. Sehr, sehr wichtiger Schritt. Ansonsten ist das unser Homescreen, die Icons kennen wir noch von damals. Die Ansicht für die laufenden Anwendungen ist mit Android Lollipop ein bisschen anders geworden, ist jetzt aber kein spezifisches Galaxy S6 Edge Ding. Wir gucken mal durch den App-Drawer und ihr seht schon, da waren wirklich wenige Apps. Wir starten mit dem Telefon. Das Ganze sieht jetzt deutlich übersichtlicher aus und ein bisschen bunter. Die Farben passen sich dann quasi an die App-Icons an, wie ihr hier zum Beispiel seht. Oranges Icon und dann ist auch die Kontakte-App orange. Grünes Icon, dann ist auch die Telefon-App grün. So, weiter geht es dann mit Nachrichten. Ebenfalls orange. Sieht sehr, sehr schick aus. Wir wollen mal einen kurzen Blick auf den Verlauf werfen. Das heißt, das Ganze wurde farblich dann immer, ich sag mal, an die Umgebung angepasst. Finde ich sehr, sehr schick. Dann gucken wir uns als nächstes mal noch sowas wie den Taschenrechner an. Auch dieser ist sehr, sehr schick geworden. Schriftarten und sowas, ihr seht schon, haben sich verändert. Ebenfalls auch so Sachen wie der Wecker, die Weltzeit-Uhr, Stoppe und Timer. Alles bekommt ein etwas anderes Gesicht und ich für meinen Teil finde das wirklich sehr, sehr schön. Samsung hat wirklich stark an Touchless gearbeitet. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen neuer, moderner aus. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Was wir jetzt noch machen wollen, das ist ein kurzer Blick auf die Kamera. Dazu gibt es aber dann auch noch ein eigenes Video. Das Layout schaut so aus. Wir haben, wenn wir das richtige Format ausgewählt haben, 16 zu 9, das komplette Display als Sucher. Links haben wir dann die wichtigsten Einstellungen als Shortcut und unten der Zugriff auf alle Einstellungen. Hier können wir dann sowas auswählen wie die Fotogröße, 16 zu 9 das Maximum. Mit 16 Megapixeln. Wir können Videos in UHD natürlich aufnehmen. Wir können sowas wie Tracking, also verfolgenden Autofokus aktivieren und noch viel, viel mehr. Unten links sehen wir die verschiedenen Modi und auch hier wurde aufgeräumt, dieses 3D-Feature, von dem viele sprechen, zeige ich euch noch in einem eigenen Video. Und das soll es jetzt mal ganz kurz gewesen sein mit dem ersten Hands-On zum Samsung Galaxy S6 Edge. Ihr könnt es übrigens, falls ihr Bock drauf habt, bei 1&1 im Angebot bestellen. Schaut einfach mal in die Beschreibung, dort gibt es einen Link. Schaut einfach mal in die Beschreibung. Und das soll es jetzt malin. Schaut einfach mal in die Beschreibung geben. Rappen aufgeräumt.